Jetzt habe ich die Nase voll. 30 Jahre lang habe ich mich rasiert. Nichts ist gegangen. Nass nicht, trocken nicht. Ich weiss, dass ich dir davon im Jahr 2017 eine Sicherung bekommen habe. Da haben sie dir was gesagt. Schaut doch mal. Das ist eine Sicherung. Wow. Perfekt, schön. Philips SW 9700. Jawohl. Dark Knight. Yes. The Dark Side. Jetzt gehe ich dich ausprobieren. Es muss doch sein, dass irgendein Apparat geht. Den Haar. Philips SW 9700 Dark Side. Das Pack sieht schon mal mega lässig aus. Nass und trocken als wir. Da muss ich nicht erklären. Jeder Fan weiss, was das für ein Bild ist. Jetzt wird nicht länger geordert. 30 Jahre lang habe ich gebraucht. Nichts ist gegangen. Schau mal, wie der Hand liegt. Mega ergodynamisch. Hier haben wir die Bedienungsanleitung. Weg damit. Das braucht es nicht. Ich behaupte, wenn einer lesen kann, funktioniert das auch allein. Da habe ich eine Sette. Das brauche ich auch nicht. Weg damit. Ladekabel. Handlich. Sehr schön. Und das ist für die Barthaare. Da kann man abstimmen. So. Dann würde ich sagen, ich lege gleich mal los. So lange eingepackt und er funktioniert auf Anhilfe. Und das wird jetzt 72 rotierende Präzisionsklingen haben. Mit über 151'000 Drehen pro Minute. Nicht nur, dass es drei Komforteinstellungen hat. Es hat sich auch an jeder Kontur angepasst. So hat es vorher ausgesehen. So sieht es jetzt aus. Der Philips SW 9700 ist unschlagbar. Ich behaupte, ich glaube, nein, ich behaupte nicht nur. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Philips je ein besseres Gerät wird konstruieren als das. Never. Oder doch? Fazit. Für das, dass ich monatelang, jahrelang, sogar jahrzehntelang hunderte, wenn ich tausende von Franken ausgeben habe. Für alle die Geräte und Klingen, die nie so funktionierten. Für meine Haare, die mal dick sind und mal dünn und quer. Und sie ricken. Es ist wirklich mühsam. Ist das Gerät für 399 Franken einfach die Spitze. Jetzt kann ich nur noch eines sagen. Viel Spass beim Rasieren. Und wer weiss, vielleicht sehen wir uns ein anderes Mal. oder wie ein Charlie.